Ja liebe Freunde hierher willkommen zu einem neuen Overwatch video Und ja mal sehen ob wir diesen Mal einen Hacker haben Letztesmal hatten wir ja keinen Hacker Also für mich keinen Hacker ja, ich kann nur nicht sagen was ihr in den Kommentanten entschieden habt Denn ja ich nehm jetzt das Video gleich nach dem ersten auf cash eine sehr beliebte hacker stehen was soll ich heiße ich wollte dem anderen ein leute haben den team kill gemacht das hat gar niemand die waffe aufgeben das heißt er weiß dass da fehlt Einfach nur eine. Okay. Ich kann einfach mal durch die Wallbank wollen wir natürlich auch machen. Sehr gut. Cache ist eine der größten Maps, wo man Wallbank kann. Man kann den Cache eigentlich so gut wie alles Wallbank. Also er kriegt auf jeden Fall Griefing reingedrückt. Den zweiten Schuss, äh den letzten Schuss habe ich gar nicht mehr gesehen. What? Spuhl mal zurück bitte. Geht das nicht? Scheiße geht nicht. 20-3 hat mein Gunster. 10-0. Okay, die Cache. Er erwartet eigentlich nur darauf, dass er da rauskriegt. Nein, dann. Okay, die Cache geht nicht mehr. Okay, die Cache geht nicht mehr. Hm. Okay, die... Ach Gott, das Willen ist... Die Grenade völlig... Völlig sinnlos. Okay, er weiß, dass da ein ist. What? Okay, der drückt ja schon mal ziemlich gut. Er drückt ziemlich gut den Head. Aber wenn er jetzt die ganze Zeit auf den Boden ist. Mal kurz gucken, ob der vielleicht einen... Aim-Pod aus ist. Okay. Also, ich denke mal, hätte er Warlock, wäre er nicht da hingegangen. Kann ich mir gut vorstellen. Boah, hör doch auf, dein hässliches Knife anzugucken, ey. Boah. So, er geht wieder Mitte mit Awe. Echt, okay, er... Aha. Warten wir mal gucken. Ob der... Ob der da ein Nächterund... Der Hau immer noch nach vorne geht. Ah. Ja, ähm... Ach so, schön auf den Head gezielt. Ach so. Ja, jetzt darf ich mal schreiben. Haha, lol, lol. Aha, ja, okay. Ja, er guckt... Er hat... Ja, okay, er weiß ja, dass der da ist. Ja, gut, er hat ja geschossen. Ja, der kriegt auf jeden Fall Creafing reingedrückt. Oh, ohne Spaß, er hat auch den hässlichen Snipern anzugucken. Ah, no. Warum geht der jetzt? Ah. Guckt euch das mal an, Awe, Awe, Autos, mein Gott, Alter. Ja, natürlich. Man pusht mit Awe, natürlich. Da durch, ja, ist klar. Hm, komm, geh nur mal Mitte, bitte. Geh jetzt die Runde Mitte. Ja, der kriegt... Ah, ja, natürlich, Alter, der kriegt sowas in Creafing reingedrückt, ey. Und dann wie die... Wie das leckt. Warum leckt das? Okay, also wie ihr seht, die T's haben aufgegeben, sie stehen am Spawn zu dritt. Ja, ist schön, alles abämen und dann dein Messer auszuholen und das angucken, ey, ich kann ausraschen. Warum stehe ich schon da mit dem Messer? Ja. 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 Sehr logisch, wenn wir durchpushen, oft mal nach links gehen. Das geht, passt auf, er zielt nicht auf den Head. Ha. Er zielt nicht auf den Head und dann guckt's euch an, guckt's euch an. Jetzt nicht so mit Awe oder so, sondern einfach mit... Okay, die machen einen Dreier-Stack. Okay, warum wirft man da... Na, nee, das kann ich mir nicht erzählen. Das hat er nicht gewusst, die haben doch nicht geschossen, oder? Da bin ich jetzt ganz dumm. Die neiden sich die ganze Zeit gegenseitig an, ey. Komm, geh mit. Geh mit. Komm, Creepy, hast doch eh schon. Deploying, 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 Flashbang. Smoke. Let's throw in a grenade. Throwing smoke. Throw in a flashbang. Deploying, Flashbang. Oh, God. Ist da. Flashbang. 29, 4. Also, was ich sagen muss, es wird mit Pisten gut in Head, ja. Es wird mit Pisten gut in Head, ja. Es wird mit Pisten. So, die läuft die ganze gut nice. Und nice rausgehört, direkt. Geht's. Äh, man muss mal sehen, Pisten run. Der dauert echt null, null skins, also kannst du nicht so sein, wie du ein Smurf. Oh, Jesus, go. Du bist high. What? also ein assist hat er auf jeden fall nicht was er hat durch die warte ich würde gern zurückspulen er hat durch die wand er hat durch die wand auf den heck gezielt was hat das gerade eben gesehen jetzt wieder den knife natürlich wir gehen jetzt weg der drückt übel gut in hell nicht geschätzt ja das sieht für mich weil ich ich geb den der drückt nur in hell also griffin kriegst du mir auf jeden fall ja griffin ist auf jeden fall das hast du auch nicht gehabt ich bin mir aber halt nicht sicher ob das sowas wie ne kleine aim hilfe war was er da so gebracht hat mit diesen mit diesen one clicks in hell oder mit diesem vor allem mit pistols in head rein das kann natürlich auch wieder übel der smurfers sein ja auch wenn die vielleicht alle zusammenspielen aber griffin kriegst du auf jeden fall eingedrückt ja ich bin mir nicht sicher aber ich glaub eher dass der nicht auf vision gespielt hat sondern auf aim ich könnte würde ich mich jetzt so entscheiden aber ihr könnt ja gerne mal in die kommentare schreiben was ihr so denkt und dann würde ich mal sagen sehen wir uns das nächste mal wieder und bis dahin tschüss